Ein Chardonnay aus New Zealand. Wie können wir feststellen, dass tatsächlich dieser Wein kommt aus New Zealand? Oder wie können wir auch überprüfen, dass ein Kunstwerk von Leonardo da Vinci nicht eine Fälschung ist? Dafür gibt es verschiedene Methoden. Es gibt eine Methode, die sehr teuer für die Anwendung und sehr kompliziert ist und nur bestimmte Wissenschaftler weltweit können sich leisten. In dem Bundesratal für Materialforschung und Zusammenarbeit mit dem Leibniz-Institut für analytische Wissenschaft haben wir eine Methode entwickelt für die Feststellung der Herkunft einer Probe. Aber davor müssen wir weit weggehen, zum Urknakrall. Elemente sind gebildet in verschiedenen Kernprozessen, in verschiedenen Kernprozessen, Fusion nach Fusion. Wir haben die Elemente zum Beispiel vom Wasserstoß wie Eisen, Lithium, alle Elemente. Alle Elemente, die sie an dem Periodsystem in der Schule an der Wand hingen. Und in der Bildung von diesen Isotopen, diesen Elementen, haben sich auch Isotopen gebildet. Isotopen können sich vorstellen als Zwillinge. Die sind gleich, die sehen sich gleich. Aber eine von denen hat zu viele Neutronen gegessen. Und das ist schwer. So, diese Verhandlungen zwischen dem schweren und leichten Isotopen, dem schweren und leichteren, benutzen, um die Herkunft einer Probe zu bestimmen. So wie dieser Verhandlung ist messbar. Wir können das nutzen, wir müssen zurückgehen zu dem Urknakrall. Als die Erde gebildet hat, das war alles kleinmäßig, alles perfekt, alles homogen. Aber durch Millionen Jahre, durch viele Prozesse, Erbeben, Regen, Binden, durch Erosionprozesse, denn jeder Ort in der Welt oder in unserem Planeten ist einzig. Die hat ein einziges Element und Isotopanteil. So, wie können wir das verbinden mit unserem Wein? So, auf dem Boden wachsen die Pflanzen. Die Pflanzen, das zum Beispiel die Trauben, von den Trauben, die anbinden, oder die wir verbrauchen, zum Wein zu produzieren. So, wir können messen, die Isotopanteil in einer Weinflasche und bestimmen den Ort, woher das kommt. Wie machen wir das? Wie funktioniert das? Wir haben unsere Isotopen. Und was wir machen, was wir recherchen, ist die Interaktion zwischen Licht und Materie. Licht, vergesst nicht, Licht ist Energie. Und wir geben Energie zu den Atomen. Die Atomen tanzen. Und so können wir messen, dass die Bewegung zwischen schwer und leichter ist. Wir können diese kleinen Energie messen und dann, wir können feststellen, woher kommen ihre Wein. Vielen Dank. 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 Bis zum nächsten Mal.